Herzlich Willkommen zum Podcast, dem Leben eine neue Richtung geben. Hier ist der Robert Betz, schön, dass ihr da seid. Heute zum Thema, die Gesellschaft ändert sich nur dann, wenn du dich änderst. Was brauchen wir Menschen noch, um endlich aufzuwachen aus unserem langen Schlaf der Unbewusstheit? Viele glauben noch an die Rückkehr zu der Normalität, an die wir uns gewöhnt hatten. Eine Normalität in Wohlstand mit Rentenanspruch, Versorgung durch Arbeitsplätze, scheinbar abgesichert mit sogenannten Versicherungen. Ein Europa ohne Krieg, mit unbegrenzten Reisefreiheiten und der Wahlfreiheit, was wir aus unserem Leben machen wollen. Die meisten haben Wohlstand, Frieden und Freiheit nicht wirklich dankend wertgeschätzt, sondern einen Anspruch erhoben. Nach dem Motto, das ist doch wohl selbstverständlich. Nein, nichts ist selbstverständlich. Und wenn du das, was du hast und genießt, nicht dankbar wertschätzt, dann läufst du Gefahr, es zu verlieren. Und in diesen Jahren verlieren wir erstmal vieles, woran wir uns gewöhnt hatten. Wenn wir es wiedergewinnen wollen, dürfen wir einiges ändern. Und zwar in uns. In uns heißt, in unseren Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen und in der Folge in unserem Verhalten. Um etwas zu verändern, sei es dein persönliches Leben oder die Gesellschaft oder gleich die ganze Welt, dürfen wir, darfst auch du, deine Schöpferverantwortung für alles übernehmen, was heute in der Welt los ist. Wir alle haben diese Welt gemeinsam erschaffen und kein Politiker ist dafür mehr verantwortlich als du oder ich. Politiker stehen jetzt wieder an der Wand, an der Anklagewand und viele spielen den Richter über sie. Ob Politiker Fehler machen? Na klar. Genau wie du Fehler machst in deinem Leben und in deinem Job. Ich nenne Fehler lieber Erfahrungen, weil sie nichts mit Schuld zu tun haben. Wenn du sogenannte Fehler gemacht hast und das hast du zuhauf in deinem Leben, dann hast du es nicht besser gekonnt damals. Heute würdest du einiges vielleicht anders oder besser machen können. Aber unsere Politiker gehören zu uns und sind von uns nicht nur gewählt. Sie sind aus unser aller kollektiven Bewusstsein geboren bzw. dorthin gestellt worden, wo sie stehen. Ob sie nun Trump, Putin und Erdogan heißen oder Merkel und Macron. Wenn Menschen wütend sind auf die da oben, wie es heißt, dann befinden sie sich in einem alten Wutfilm, in einer Projektion. Sie sind wütend aufgrund der alten Ohnmacht, die sie vor langer Zeit, in der Zeit der kompletten Abhängigkeit von anderen Oberen und Autoritäten, nämlich ihren Eltern, empfanden. Und sie sind zugleich immer wütend auf sich selbst. Ohnmacht macht denjenigen wütend, der sie nicht als seine eigene Schöpfung erkennt und sie nicht bewusst fühlen will. Jeder von uns hat mindestens 10 bis 15 Jahre Abhängigkeit, Unfreiheit und Ohnmacht erlebt, auch im besten Elternhaus. Und die stecken bis heute in unser Knochen, heißt in unserem Energiekörper. Und wir erwarteten damals, dass die, von denen wir abhängig waren, um Sicherheit, Nahrung, Aufmerksamkeit, Lob und Liebe geben sollten. Und genau das erwachten die wütenden Kinder in erwachsenen Körpern jetzt von ihren Politikern, wo es nicht mehr so normal läuft. Gib mir Sicherheit, gib mir Arbeit, gib mir Wohlstand, gib mir Freiheit, schreien sie. Aber alle Eltern machen es so gut sie können, genauso wie alle Politiker. Wenn du glaubst, es besser zu können, dann lass dich wählen und mach den Job meine Zeit lang. Ich bin unseren Politikern dankbar dafür, dass sie ihren Job so gut machen, wie sie können. Danke Angela Merkel und allen anderen, die Verantwortung übernehmen. Wenn du eine andere Gesellschaft willst, dann fang bei dir selbst an. Sei du die Veränderung, die du da draußen zu sehen wünschst. Frage dich, bist du im Frieden mit deinem Vater, mit deiner Mutter, der Kindheit, mit deinem Bruder und deiner Schwester, mit Schwager und Schwiegervater, Schwägerin und Schwiegermutter? Mit deinem Nachbar, deinen Kollegen und Vorgesetzten, bist du ein Friedensstifter in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, in deiner Firma? Na also. Wenn du dir eine friedlichere, liebevollere Welt wünschst, dann verkörpere Frieden und Liebe. Sei du der Frieden, sei du die Liebe. Und nochmal, fang bei dir selbst und in dir selbst an. Bist du im Frieden mit dir selbst? Liebst du schon dein Menschsein, dein Frausein, dein Mannsein, deinen Körper, deine Biografie mit all ihren Erfahrungen? Solange wir das nicht tun, bleiben wir in der Ohnmacht, Wut und Angst des kleinen Kindes stecken, das in uns lebt als unsere lebendige Vergangenheit. Darum ähnelt diese Welt einem riesigen Kindergarten, in dem sich Verletzte, ängstliche und wütende Kinder gegenseitig angreifen, beschuldigen, mobben und neidisch aufeinander sind. Sie alle sehnen sich nach Aufmerksamkeit und Liebe von anderen, ohne, dass sie sich diese selbst schenken. Das ist ein Unding. So wie du über dies selbst denkst, so fühlst du dich. Und diese unfriedlichen Gedanken und Gefühle strahlst du in die Welt aus. Und was glaubst du, erschaffen und verstärken sie? Natürlich eine unfriedliche Welt. Mit solchem Unfrieden im Bauch, mit sich und mit der eigenen Familie auf eine Friedensdemonstration zu gehen, macht einfach keinen Sinn. Außerdem sich abzulenken von der eigenen Schöpferverantwortung und Schuldige zu suchen. Das tun wir jetzt als Menschheit seit vielen tausend Jahren. Dieses lange Spiel der Projektion, der Anklage, Verurteilung und des Angriffs auf andere, sei es auf die da oben oder auf Andersdenkende oder Andersaussehende, der Rassismus blüht gerade wieder kräftig auf in der Welt, geht in diesen Jahren zu Ende. Wir befinden uns im Endstadium einer großen Transformation des menschlichen Bewusstseins, das jetzt einen Quantensprung macht. Das neue Bewusstsein einer in der Folge neuen Menschheit ist das Bewusstsein, dass wir alle nicht nur verbunden sind miteinander. Das hat Corona schon gut verdeutlicht. Sondern dass wir eins sind, dass es nur ein einziges, großes, untrennbares Ganzes gibt. Ohne Trennung vom Anderen. Es ist das Bewusstsein der Allverbundenheit und des Einsseins. Das musst du nicht glauben. Jeder kann glauben, was er will. Aber merkwürdigerweise macht sich kaum einer bewusst, was er wirklich in der Tiefe denkt und glaubt über sich selbst. Also über sein Selbstbild, über den Menschen. Also über sein Menschenbild und über die Welt da draußen. Wir werden durch die Kräfte, die jetzt im Kosmos und auf Mutter Erde wirken, erinnert an das, was wir lange verdrängt oder vergessen haben. Dass wir alle beseelte Wesen sind und das heißt Wesen der Liebe sind, geboren aus einer Quelle, die wir die Allliebe, das Alles, was ist oder Gott nennen. Noch einmal, wenn du das nicht glaubst, dann musst du was anderes glauben. Und nach deinem Glauben geschieht dir. Was du glaubst über dich und das Leben, damit erschaffst du dein Leben. Du kannst genauso gut glauben, wir seien alle vom Teufel auf die Erde geschissen worden. Glaubst du das? Ach, auch nicht. Ja, was glaubst du dann? Vielleicht das, was die meisten Wissenschaftler glauben wollen, dass wir ein Zufallsprodukt im Ausleseprozess der Natur, der Evolution sein? Fühlt sich toll an, was? Das Leben selbst, und das ist die Liebe, ruft dir wie mir, wie uns allen jetzt zu. Mensch, wach endlich auf und werde erwachsen. Lange genug geschlafen und herumgespielt im Zustand der Unbewusstheit, der Verurteilung, des Richtens und des Glaubens. Wir sind aber besser als ihr und ich bin besser und mehr wert als du. Über diese meine Gedanken darf jeder lächeln oder lachen. Wir werden sehen, wer am Ende lächeln wird. Ich behaupte, in diesen Jahren, und das werden keine Jahrzehnte sein, findet die größte spirituelle Revolution besser der größte Evolutionssprung der Menschheit seit vielen tausend Jahren statt. Es ist ein im höchsten Maße segensreiches und gnadenreiches Geschenk an uns alle. Aber es ist eine Einladung. Hier wird niemand gezwungen, etwas zu tun oder etwas zu ändern, wenn er es noch nicht will. Da kommt kein lieber Gott vorbei und sagt, also ihr habt euch da auf der Erde ja ganz schön was eingebrockt, aber ich ziehe euch jetzt mal an euren Marionettenfäden aus eurem selbst erschaffenen Sumpf heraus. Nein. Diese Fäden werden jetzt, bildlich gesprochen, gekappt und das heißt, selber laufen lernen auf den eigenen Füßen. Erkenne dich als ein großes, machtvolles, geistig-seelisches Wesen für eine sehr kurze Zeit im Menschenkleid. Wende dich nach innen und finde in deinem Herzen alles, was du brauchst zur Umkehr, zur Wiedererinnerung an das, was du wirklich bist. Ein Wesen der Liebe, unendlich liebenswert und unendlich geliebt. Öffne dein Herz jetzt für die Liebe zu dir selbst, zu allen Schwestern und Brüdern und zu deiner Quelle. Übernehme deine Schöpferverantwortung und mache in dir Frieden mit allem, was war und was ist. Mach dein Leben zu einem großen Lieben, denn wahrhaft zu leben heißt, wahrhaft zu lieben.